Überhaupt habe ich einiges an Ihnen auszusetzen. Beispielsweise würde ich Sie ersuchen, Ihre Haarpracht da unter ein Kopftuch zu stecken. Dann möchte ich Sie höflichst fragen, was Sie da an der rechten Hand haben. Mein Ehering? Wieso? Sehen Sie denn nicht, dass das mein Ehering ist? Stell dir doch vor, du gehst nach zwei Seiten auseinander und triffst dich nie wieder. Du wirst ein gebildeter Mensch sein! Wenn uns jemand sehen würde, müsste er nicht glauben, wir sind ein Liebespaar. Ehebrecher. Sie heißen Ramona, Rosa Maria, nein Claudia. Ich heiße Lilo. Tschüss. Na, was hat denn die Lilo gesagt? Tom, wo steckst du denn? Der Wald brennt! Lass los! Es lebe das Fräulein Braut. Halt die Fresse. Was ist das bloß? Ich weiß, dass ich alles falsch mache und tue es trotzdem. Gert ist nicht eine von deinen Puppen. Sie liebt dich. Aber sie hat das Pech, einen Lumpen zu lieben. Mit welchem Recht mischt ihr euch in diese Liebe? Ja, von Liebe hat hier noch niemand geredet. Du warst unvorsichtig. Du bist gewohnt, immer deine Meinung zu sagen, das kannst du aber jetzt nicht. Du bist gewohnt, immer deine Meinung zu sagen, das kannst du also nicht. Ich bin etwas zahen. Ich weiß. Du bist gewohnt, immer deine Meinung zu sagen. Du bist gewohnt. Du bist gewohnt. Untertitelung des ZDF, 2020